Um die Reiselust unter der taiwanischen Bevölkerung in Schwung zu bringen, will die taiwanische Regierung am 15. Juli ein Förderprogramm starten. Da an den taiwanischen Universitäten und Schulen schon die Sommerferien begonnen haben, wird der Inlandstourismus vermutlich stark ansteigen. Reisegesellschaften sind sich aber noch unsicher, was sie tun sollen, da die Regierung noch keine endgültigen Beschlüsse zu Einzelheiten des Förderprogrammes bekannt gegeben hat. Das Tourismusbüro sagt, dass nähere Informationen folgen, sobald das Kabinett die Verwaltungsprozeduren abgeschlossen hat. 5,5 Milliarden Taiwan-Dollar wurden für das Programm bereitgestellt. Die Gelder sollen vom 15. Juli bis zum 15. Dezember verteilt werden. Reisende können 800 Taiwan-Dollar pro Nacht an Wochentagen erhalten. Sie erhalten eine größere Vergünstigung, wenn sie eine von sechs Voraussetzungen erfüllen. Diese beinhalten die Übernachtung in einem bestimmten Hotel und die dreimalige Impfung mit einem Covid-19-Impfstoff. Der höchste Zuschlag, den eine Person pro Nacht erhalten kann, beträgt 1.300 Taiwan-Dollar. Inländische Flugtickets sind am Donnerstag jedoch um 4,8% teurer geworden. Grund dafür sind steigende Ölpreise. Jedes Ticket kostet also 100 Taiwan-Dollar mehr. Familien, die einen Urlaub auf den entfernt gelegenen Inseln Taiwans planen, müssen damit rechnen, sogar noch mehr für ihre Tickets bezahlen zu müssen. Nein, wir werden mit einem Tag kommen, mutieren uns sch怕ten. Nein, wir wollen einen Tag aufgeregt. Dann gehen wir bei den viruses,